Harry sagt guten morgen heute am 24. April 2019 es ist genau 8 uhr 7 minuten wir haben 21 grad wir haben keinen wind wir haben keine wellen ja und im moment auch sonne pur wir haben wieder normales wetter und so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020